Okay, wir haben einen Teammate, das ist schon mal wichtig. Der ist eigentlich in der ersten Runde vor allen Dingen dafür da, dass ich respawnen kann. Falls ich dann doch mal einen Gunfight verlieren sollte. Was natürlich sehr unnötig ist. Ihr sollt nicht zu peerig sein, das ist auch eine ganz klare Geschichte, ja. Boah. Hey, konzentrier dich, Junge! Was machst du denn hier? Konzentrier dich! Junge, Junge, was macht der denn hier? Was macht der denn da? Runde Nummer 1 nach Tilted Towers. Wie kann denn Cool Galaxy schon Level 55 sein? Er hat das doch bestimmt durchgekauft, oder nicht? Den Battle Pass. Und! Bitte! Okay, das sieht mir nicht nach dem Bot aus. Was ist der Tick da unten? Er hat eine Tech, er hat eine Tech, er hat eine Tech, er hat eine Tech, er hat eine Tech. Kann sein, mach 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 kann sein. ist. Das war völlig unnötig. Aber der erste Kill ist schon mal da. Zweite Kill ist da. Kommt halt wirklich von alleine an. Ich sag's ja, die erste Runde ist einfach geil. Ich will nicht verstehen, warum die Runden danach immer so kacke sind. Team eliminiert. Das ist doch was Feines, ne? Wobei, an sich, schau mal, die sind jetzt hier fünfmal in dieses Haus reingegangen, beziehungsweise ich hab beide zweimal geholt. Wär auch cool gewesen, wenn die einfach straight noch zehnmal hingeflogen wären, und die einfach mehr Kills bekommen. Aber hey. Oh mein Gott. Genau das ist es. Sniper beim Umlauf. Aufpassen, mein Freund. Es geht. Out of the dark, the dark, the dark. Und to the light. Gebt mir die Mad Kids her, Bro! Digger, was ist denn mit ihm falsch? Was soll denn das? Ich raff's ja gar nicht. Klaut er mir einfach wieder die fucking Mad Kids hier. So eine Frechheit. Komm, die nächsten Steps. Wenn ich nur wüsste, wo. Da drinnen? Ne, da. Den muss der unbedingt hin. Ja. ganz schwache geschichte eigentlich von mir viel zu sehr da reingepusht wieder eigentlich keine gute geschichte aber naja die mir vom leib wirklich ein bisschen nervös wie immer oh mein Gott da ist ein Ska ne ist gar keine Ska ist aber egal das war ein Gott also der Straybot was an Teammate ey wirklich was an Teammate dieser Typ der da oben snipet ne der nervt mich auch mal extrem hier ich glaube ich muss erstmal die Position wechseln weil das irgendwie ein bisschen nervig ist hier hier in Fried rüber gibt hier 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 Oh mach ich's nicht einfach. Das ist ein Lohner. Oh. Oh. What are you doing now? Oh. 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 da nicht hoch Sog. Das war's für heute. oh mir glaube ich jetzt die team gib mir die 20 jetzt gib mir den Biggie an sich der Kerl hat nichts gemacht in dieser Scheißrunde und er zieht den ganzen Loot an sich so ein fucking Frechdachs Digga, fick dich einfach ich werde den letzten Spieler so jagen, ich werde ihn jagen dass du ihn nicht riss so verdammt nochmal jagen und das Glück sei mit mir ich werde ihn bekommen ja, wird er bestimmt hinter sein ich werde ihn nicht Oh, wieder. Genau, gehen wir da hoch. Sehr gut, lenke ihn ab. Keine fucking Mobility-Items mehr. Och, Digger. Zieht er von rechts nach links durch, von links nach rechts. Ja, das ist gut. Okay, danke. Oh. Eine wichtige 20-Bomb. Wieder im ersten Spiel am heutigen Abend. Und ich fasse es nicht. Die Theorie bestätigt sich Abend für Abend. Es sind einfach richtig geile Runden, die ersten.